Polen, Oberschlesien und die diese deutsche Provinz verteidigenden Selbstschutzverwände zwischen 1919 und 1921 sind ein Thema für sich. Und wenn man die nationale Brille absetzt, erkennt man schnell, dass sowohl die Oberschlesier, das Deutsche Reich und selbst die erfolgreicheren Polen in der untereinander absolut nicht spannungsfreien Politik von Großbritannien, Italien, den USA, aber besonders von Frankreich nur Spielbälle gewesen sind. Letzteres Land, gerade erst durch die massive Unterstützung der USA und Kanada zu einem Mitsieger des Ersten Weltkrieges geworden, hatte in der Absicht, Deutschland auf jedem Gebiet zu schaden, Polen in ihrem Kampf gegen die Mittelmächte bereits seit Jahren aktiv militärisch unterstützt. So hatte es in Gefangenschaft geratene Polen, die in deutschen oder österreichischen Regimenten gedient hatten, zum Desertieren animiert und sie in den sogenannten Hallerdivisionen, benannt nach ihrem Kommandeur, dem auch die Fronten gewechselten ehemaligen österreichisch-ungarischen General Josef Haller von Hallenburg, zuerst an der Westfront, dann in Polen, nach der Gründung der Zweiten Polnischen Republik am 11. November 1918 kämpfen lassen. Paris hatte sich sogar mit den anderen Siegermächten angelegt, um seine eigenen Interessen kompromisslos durchzusetzen. Das hatte den britischen Premierminister Lloyd George, einem im Laufe der Zeit immer stärker werdenden Gegner der völlig einseitigen französischen Politik, zur Aussage bewegte, Frankreich sei die neue militärische Macht, die napoleonische Reichsträume verfolge. Besonders Oberschlesien mit seinen reichen Kohle- und Erzvorkommen war für Frankreich das perfekte Mittel, über diesen Umweg sein Hauptziel zu verfolgen, das entwaffnete Deutschland jetzt auch noch wirtschaftlich zu schaden. Dabei hat es Weimars uneinige und zerstrittene Administrationen ihnen auch nicht besonders schwer gemacht, da Deutschland ja nicht nur den Krieg verloren hatte und zusätzlich durch seine innenpolitischen Kämpfe geschwächt war, sondern sich ab dem 7. Mai 1919 auch noch mit den ehrverletzenden Vorschlägen der Entente zum Verkaufschluss Versailler Vertrag konfrontiert sah, hinter denen auch wieder hauptsächlich Frankreich gestanden hatte. Was die geschichtliche Betrachtung der Oberschlesien-Problematik zwischen 1919 und 21 betrifft, sind inzwischen in allen Sprachen so viele Bücher mit unterschiedlicher Wertung veröffentlicht worden, dass es heute schwerfällt, nach über 100 Jahren die schon damals quasi über Leichen gehende Interessenpolitik nachvollziehen zu können. Denn ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Entfremdung der westlichen Siegermächten von der ebenfalls siegreichen Sowjetunion, war man sich auch nach dem Ersten Weltkrieg im Kreise der siegreichen Entente alles andere als einig. So waren Italien und vornehmlich Großbritannien, teilweise auch die USA, mit der Zeit immer stärker von der französischen Position abgerückt, die in Oberschlesien über das polnische Vehikel ausschließlich nationale Interessen verfolgte. Ohne diese völlig einseitige und wie auch beim Versailler Vertrag vom Hass getriebene Politik Frankreichs unter ihrem Ministerpräsidenten Georges Clemenceau, zweiter von rechts, hätte Polens Premier, Vincenti Vitos, vor dem Sejm, dem polnischen Parlament, niemals widerspruchslos erklären können, dass die Rechte Polens auf Oberschlesien auch nach Jahrhunderten noch nicht verjährt seien. Aber Großbritannien, das durch seine jahrhunderte lange weltumspannende und imperialistische Kolonialpolitik in den Feinheiten der internationalen Politik zu Hause war, hatte bereits sehr früh die Laus erkannt, die man sich in den Pelz gesetzt hatte. So hatte der bereits erwähnte Lloyd George am 25. März 1919 seine fast schon prophetischen Überlegungen zu einem möglichen Vertrag mit Deutschland dargelegt. Der Vorschlag der polnischen Kommission, 2.100.000 Deutsche unter die Kontrolle eines Volkes zu stellen, das einer anderen Religion angehört und in seiner Geschichte nie seine Fähigkeit zur stabilen Selbstverwaltung bewiesen hat, muss meines Erachtens früher oder später zu einem neuen Krieg in Osteuropa führen. Bemerkenswert dazu war auch ein prophetisches Bild, das der australische politische Cartoonist William Henry Dyson am 17. Mai 1919, sechs Wochen vor der Unterschrift Deutschlands unter dem Versailles Vertrag veröffentlicht hatte. Und das die Unterschrift trägt, der Frieden und das zukünftige Kanonenfutter. Das Bild zeigt ein kleines Kind mit dem Schriftzug Gruppe 1940. Daneben die vier Vertreter der Entente, darunter der französische Premier Clemenceau, genannt der Tiger und seine Worte. Seltsam. Ich scheine ein Kind weinen zu hören. Der Privatsekretär von Lloyd George, Philip Henry Kerr, als Lord Lothian bekannt, hatte seinen Chef für den Fall von immer überzogeneren Forderungen an Deutschland auch auf eine weitere für den Westen und besonders auch für Polen sehr aktuelle Gefahr hingewiesen, wobei auch hier spätere Parallelen nicht zu übersehen sind. Sie können Deutschland seiner Kolonien entziehen, seine Rüstung auf eine bloße Polizei und seine Flotte auf die einer drittklassigen Macht reduzieren. Doch wenn es sich im Frieden von 1919 ungerecht behandelt fühlt, wird es Mittel finden, von seinen Eroberern Vergeltung zu fordern. Die größte Gefahr, die ich in der gegenwärtigen Situation sehe, besteht darin, dass Deutschland sich mit dem Bolschewismus zusammentut und seine Ressourcen, seinen Verstand, seine enorme Organisationskraft den revolutionären Fanatikern zur Verfügung stellt, deren Traum ist, die Welt für den Bolschewismus mit Waffengewalt zu erobern. Daher kam Lloyd George in seiner Rede am 25. März 1919 zur Schlussfolgerung gegen Deutschland Ich würde daher den Frieden in den Vordergrund stellen, sodass wir, sobald sie unsere Bedingungen akzeptiert haben, ihnen auf Augenhöhe mit uns die Rohstoffe und Märkte der Welt öffnen und alles tun, um es zu ermöglichen, das deutsche Volk wieder auf die Beine zu stellen. Wir können sie nicht gleichzeitig lähmen und dann erwarten, dass sie bezahlen. Damit allerdings stand Lloyd George den französischen Interessen im Wege und konsequenterweise erklärte Polen ihn zu seinem größten Feind. Wie sah nun die Situation in Oberschlesien aus? Wie im Video 1919 Grenzschutz Ost erzählt, war 1918-1919 die preußische Provinz Posen fast kampflos an polnische Freischaler gefallen. Schuld daran hatte, neben dem hilflosen Generalkommando und dem General von Beseler, besonders der 1866 im niederschlesischen Mönch-Motschelnitz geborene Jurist und spätere Journalist Helmut von Gerlach. Der war zunächst ein sogenannter Altdeutscher gewesen, wurde dann Pazifist, war von Deutschland Schuld am Ersten Weltkrieg überzeugt und galt nach der Niederlage als einer der radikalsten, wie es damals hieß, Erfüllungspolitiker. Der linksliberale Gerlach war von der deutschen Regierung als Staatskommissar in der Provinz Posen eingesetzt worden und hatte dort sehr schnell polnische Positionen übernommen. Jedenfalls war er damit den durch die Niederlage und die Revolution ohnehin geschwächten Deutschen in dieser Provinz massiv in den Rücken gefallen. Am 27. Dezember 1918 hatte sich in Posen mit der Ankunft des polnischen Pianisten und Politikers Ignacy Jan Paderewski die brodelnde Stimmung noch einmal gesteigert. Der 58-jährige Paderewski hatte seine Ausbildung in Berlin und Wien genossen und war 1902 in die USA gezogen, wo er als Millionär lebte. Spätestens mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges betätigte er sich immer stärker in der Politik und warb unermüdlich für den Eintritt der Amerikaner mit polnischen Wurzeln in die an der Westfront gegen Deutschland kämpfenden polnischen Truppen. Auch war es ihm nach einem Konzert Anfang 1917 gelungen, den US-Präsidenten Woodrow Wilson zu bewegen, die Wiedergründung Polens zu einer seiner Hauptforderungen für die Neuordnung Europas zu machen, was Wilson im Punkt 13 der von ihm verkündeten und in Deutschland zu falschen Hoffnungen geführten 14 Punkten auch getan hatte. Zwei Wochen zuvor, am 27. Dezember, war Paderewski zusammen mit dem britischen Nachrichtendienstoberst Harry Herschel Waid, dem Militärattaché seiner Majestät in Dänemark, im offenen Automobil in Posen eingetroffen. Dort herrschte, trotz des neblig kalten Wetters, ausgelassene Volksfeststimmung. Geschütze feuerten zu Paderewskis und Wades Ehren Salud, die Straßen waren übervoll, man sah Kompanien in deutschen Uniformen mit angesteckten polnischen Abzeichen, die Schnapsflaschen kreisten. Die Menge hatte im Kernwerk deutsche Regimentsfahnen gefunden und trug sie triumphierend vor dem Auto von Paderewski und Waid, das von Mädchen in rot-weißen Kleidern geschoben wurde. Die Kapellen intonierten polnische und französische Märsche, auch die Marseillais und Kompositionen von Paderewski wurden gespielt. Als das Auto und die Menge am königlichen Schloss angekommen waren, auf dem bereits die Präsidentenstandarde Polens wehte, intonierten die Kapellen das Lied des polnisch-russischen Krieges 1830-31. In Warschau schwuren 10.000 auf den Knien. Jetzt erreichte die Begeisterung der Tausenden einen neuen Höhepunkt. Weißrote Banner wurden gehisst, die schwarz-weißen preußischen Regimentsfahnen vor Paderewskis Auto geworfen und überrollt nahmen das Braun des Straßendrecks an. Aber, dass alles eine andere Wendung nahm, geht aus dem Memorandum Waits vom 1. Januar 1919 an das Auswärtige Amt der USA hervor. An den folgenden Tagen waren Schüsse zu hören und bald wurde berichtet, dass deutsche Soldaten die Büros des polnischen Nationalrats gestürmt und dort die polnischen und alliierten Fahnen abgerissen und in die Gosse geworfen hätten. Wait hatte die Ereignisse korrekt beschrieben. Denn während das Volk trotz der Kälte auf den Straßen und in den Hinterhöfen sich allerlei Vergnügungen hingab, rollten mitten in diese Volksfeststimmung das in Posen stationierte und von der Westfront zurückkommende Grenadierregiment Graf Kleist von Nollendorf, 1. Westpolisches Nummer 6, sowie einige Kompanien des 50 Kilometer war der östlich in Wreschen liegenden 3. Bataillonsinfanterieregiment Graf Kirchbach, 1. Niederschläges Nummer 46, in den Hauptbahnhof ein. Als ein polnisches Kommando, sich an das feige Verhalten der Etappentruppen in Posen zwei Wochen früher, am 9. November erinnert, die Entwaffnung forderte, darüber hinaus der deutsch-polnische Soldatenrat in üblicher Einigkeit die Forderungen der deutschen Soldaten nach sofortiger Entfernung der polnischen und alliierten Fahnen ablehnte, erfuhren zunächst der Soldatenrat, dann die französische Trigolore, der britische Union Jack und die weiß-roten polnischen Fahnen das gleiche Schicksal wie die preußischen Fahnen zuvor. Aber mit Paderewskys Ankunft am 27. Dezember und einer alles anderen als mäßigenden Rede war auch der Posner Aufstand ausgebrochen, der unter anderem durch das geschilderte Versagen der deutschen zivilen und militärischen Führer mit dem Sieg der polnischen Aufständischen am 16. Februar 1919 endete und den Verlust Posens bedeutete. Am gleichen Tag wurde Paderewski zum polnischen Außenminister ernannt. Allerdings begann das aufmerksame Großbritannien, bei dem zunächst eine großzügige Zustimmung für Polens Aufstände festzustellen war, mehr und mehr davon abzurücken, da sie die geplante Hegemonie Frankreichs über das Festland Europas ablehnten. Dagegen wurde ihr Vertreter Wade nachzulesen in den Akten des US-Außenministeriums, einer der wenigen glühenden britischen Polonophilen, die immer wieder Warschauswert für die Entente als antisowjetische Bastion argumentierten. Ähnliche Betrachtung aber hatte auch Winston Churchill angestellt, hier 1916 als Paterionskommandeur. Auch er war für eine massive Unterstützung Polens mit zum Beispiel Waffen, wobei bei ihm aber nicht das geschlagene Deutschland im Vordergrund stand, sondern die Gefahr des bolschewistischen Sieges und dem damit verbundenen Vormarsch nach Mitteleuropa. Überhaupt hatten die Positionen Polens mehr internationale Zustimmung gefunden als Ablehnung. Aber selbst dem französischen Marschall Ferdinand Foch, der noch Ende Juni anlässlich der von Deutschland erzwungenen Unterschrift unter dem Versailler Vertrag prophetisch erklärt hatte, das ist kein Frieden. Es ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Es schien das aggressive Vorgehen seines Schützlings nach allen Seiten problematisch. Während der Sitzung des obersten Kriegsrates, bestehend aus den vier Führern der Siegermächte und hohen Militärs, gehalten am Mittwoch, dem 22. Januar 1919 im französischen Außenministerium, hatte Foch erklärt, er halte es für wichtig, die Polen zu einer bestimmten Politik zu bewegen. Ihre Aktionen seien derzeit divergierend und exzentrisch. Im Osten stünden sie den Bolschewiki gegenüber, im Westen fielen sie in Posen und im Süden in Galicien ein. Einige dieser Aktionen wurden ihnen in keiner Weise aufgezwungen. Und nachdem US-Präsident Wilson Petrovskys Wunsch nach Lieferung großer Mengen an Waffen und Gerät ins Gespräch gebracht hatte, die angeblich nur zur Verteidigung gegen die Bolschewisten verwendet werden würden und erwähnte, dass diese dann wohl über eine deutsche Eisenbahnstrecke nach Polen gefahren werden müsse, bemerkte Britanniens Lloyd George, wir können nicht erwarten, dass die deutschen Waffen durchlassen würden, wenn sie eine polnische Armee zum Angriff ausrüsten würden. Das würde mehr verlangen, als im Waffenstillstand vorgesehen war. Fairness sei sogar dem Feind geschuldet. Er sei im Augenblick nicht bereit, eine Erklärung über die Rechte an Posen abzugeben, die die Polen mit Gewalt zu erobern versuchten, um damit der Versammlung vorzugreifen. Aber trotz dieser Einlassungen war und blieb die Provinz Posen mit ihren Regierungsbezirken Posen und Bromberg am 16. Februar einstweilen in polnischer Hand. Das alles gehört dazu, wenn man sich der Problematik in Oberschlesien zuwendet und den blutigen Kämpfen zwischen Freikorps und den polnischen Aufständischen unterstützt von regulären polnischen Halleregimentern und teilweise geführt von französischen Offizieren. Denn was in Posen mit Helmut von Gerlachs Hilfe und der hilflosen militärischen Führung fast kampflos gelungen war, nämlich die Eroberung einer preußischen Provinz durch bewaffnete Freischaler, hatte die Insurgenten in Oberschlesien zur Nachahmung gereizt. Doch Oberschlesien, das seit 1348 Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation geworden war, seit 1742 ein Teil Preußens, von 1815 bis 1866 zum Deutschen Bund und ab 1871 zum Deutschen Reich gehörte, war nicht Posen. Denn hatte dort die liberalbürgerliche Oberschicht und die Militärbürokratie schon 1848 begonnen, gemeinsam mit dem ihnen vermeintlich standesgemäßen polnischen Grundbesitzeradel und der höheren Geistlichkeit eine Klassenfront gegen das polnische Kleinbauern- und Landarbeiterproletariat aufgerichtet. Anstatt diesen mit Gerechtigkeit eine Führung zu geben, so waren in Oberschlesien großpolnische Umtriebe erst nach der Jahrhundertwende wirksam geworden. Der dafür Hauptverantwortliche, der wendige deutsch-polnische Adalbert Kofanty, Mitglied des Deutschen Reichstages, der sich nach dem November 1918 als erstes mit dem polnischen Vornamen Wojciech schmückte und an Hetzreden gegen Preußen und das Reich gehalten hatte, war trotz aller agitatorischen Bemühungen erfolglos geblieben. Denn solange die Sozialdemokratie, die soziale Unzufriedenheit der polnischen Grubenarbeiter und Bauernproletarier gegen das kapitalistische System der Grubenbesitzer und Großmagnaten abfangen konnte, fielen all diese Hetztiraden nicht auf fruchtbaren Boden. Allerdings hatten sich auch in Oberschlesien mit Kriegsende die Verhältnisse entscheidend verändert. Die soziale Erbitterung, der wie in Deutschland die November-Revolution kein wirkliches Ventil geöffnet hatte, war ungeschlagen. Teils ins Kommunistische, teils ins Nationale. Der eben bereits erwähnte Kofanty, der im Krieg Sekretär von Matthias Erzberger gewesen war, dem Leiter der Deutschen Waffenstillstandskommission 1918, sah sich mit einem Mal im Besitz ungeheurer Mittel französischer Herkunft. Und die polnische Geistlichkeit besann sich, wie in Posen, auf die demagogische Patentlösung. Deutsch gleich protestantisch und polnisch gleich katholisch. Tatsächlich war es Kofanty gelungen, bei einer solchen Gunst der zusammenwirkenden Umstände, nämlich polnische Demagogen, katholische Priester und französische Front binnen weniger Monate eine nationalistische Insurgentenbewegung zusammenzutrommeln, der das offizielle Polen nur noch Offiziere und Waffen zu stellen brauchte, um sie zur entscheidenden Macht angesichts des unsicheren oberschlesischen Schicksals zu machen, was ihr am Ende ja auch gelungen ist. Zwar war der Posner Aufstand für die Polen erfolgreich ausgegangen, aber sie hatten versäumt, das Überraschungsmoment, das bei den Deutschen einen Moment hilfloser Schwäche ausgelöst hatte, ungenützt verstreichen zu lassen. Als dann aber während Streikaktionen zehn polnische Bergleute getötet worden waren, brach in der Nacht vom 16. auf 17. August 1919 der erste polnische Aufstand aus, den man allerdings wie auch die zwei folgenden eher vom Territorium Polens ausgehende inszenierte Revolten nennen kann. Diese Erhebung war von Kofanti organisiert worden und ausgelöst von der von Staatschef Josef Pilsudzki 1914 gegründeten geheimen polnischen Militärorganisation Oberschlesien. Angeführt wurde er wie auch der zweite Aufstand vom ehemaligen deutschen Leutnant Alfons Czebniuk. Aber hatte im November 1918 Helmut von Gerlach die deutsche Abwehr in Posen aktiv sabotiert, ließ Preußens oberschlesischer Vertreter der SPD-Politiker Otto Hörsing die Gegenwehrmaßnahmen passiv mit dem Resultat zu, dass dieser erste polnische Aufstand mit Zentrum in Rybnik bis zum 24. August 1919 von folgenden Verbänden zusammengeschossen wurde, von dem Freikorps Aulok, Heidebreck, Hasse sowie örtlichen Selbstschutzverbänden und dem Grenzschutz des 6. Armeekors. Der deutsche Erfolg war aber auch damit zustande gekommen, dass Warschau noch darauf verzichtet hatte, reguläre Truppen einzusetzen. Jetzt aber begann das Spiel zwischen Warschau und Paris. Eine aus Franzosen, Engländern und Italienern, gebildete sogenannte Okkupationsarmee, besetzte Oberschlesien. Frankreich stellte 11.000, Italien 2.000 und die Briten 1.000 Soldaten. Diese gemischte Truppe sollte die im Rahmen des Versailler Vertrages festgelegte Volksabstimmung sichern, die über die zukünftige Zugehörigkeit bestimmen sollte. Den Oberbefehl über alle führte der französische Generalleutnant Jules Gratier. Zu dieser dann am 20. März 1921 stattgefundenen oberschlesischen Volksabstimmung, bei der 59,6% der Wähler für den Verbleib bei Preußen bzw. Deutschland und nur 40,4% für eine Abtretung an Polen votiert hatten, orange zeigt die deutsche Mehrheit, liest man bei Lloyd George interessantes Hintergrundwissen. Sowohl die amerikanische als auch die französische Führung hatten die Idee einer oberschlesischen Volksabstimmung abgelehnt und darauf bestanden, dass die Region unbestreitbar polnisch sei. Außerdem sei die Region bereits Mowski und Paderewski versprochen. Darauf habe er geantwortet, dass der Vertrag noch nicht ratifiziert sei und daher auch noch geändert werden könne. Und weiter, dass sie nie daran gedacht hätten, Polen eine Provinz zu geben, die seit 900 Jahren nicht mehr polnisch ist. Auch zu dem französischen General Henri Lerand, der seit November 1919 an die Spitze der interalliierten Kommission getreten war, die eigentlich in Oberschlesien für Gerechtigkeit sorgen sollte, meinte Lloyd George später. General Lerand war ein sehr fähiger Mann, der extreme pro-polnische Ansichten vertrat. Er war zunächst heftig gegen die Volksabstimmung gewesen und seine Sympathien für Polen waren so stark, dass es ihm schwer fallen konnte, unparteiisch zu sein. Nein, es fiel Lerand überhaupt nicht schwer, unparteiisch zu sein, sondern als Vertreter des französischen Staatspräsidenten, des deutschen Hassers Clemenceau war er überhaupt nicht daran interessiert. Kofanti ging bei Lerand ein und aus und führte mit ihm zahlreiche vertrauliche Vier-Augen-Gespräche, bei denen sie die Marschrichtung sowohl gegen Deutschland als auch die bremsenden Vertreter Italiens und Großbritanniens abstimmten, ohne dass deren Oberkommissare und schon gar nicht die deutschen Vertreter davon etwas erfuhren. Aufgrund dieses ausgeprägten Gerechtigkeitssins zeichnete die Zweite Republik Polen General Lerand mit der höchsten Auszeichnung aus dem Orden vom Weißen Adler, weiterhin mit ihrem höchsten militärischen Ehrenzeichen dem Orden Virtuti Militari, auch erinnert bis heute ein Gedenkstein an Lerand, den Freund von Polen. Mit seiner Hilfe war es sogar gelungen, Kofanti zum Organisator der Volksabstimmung zu ernennen. Während die deutsche Abwehr nur langsam in Form kam, begann nun eine von beiden Seiten über Plakate ausgetragene Propaganda, bei der man bei der Auswahl der Parolen und Bilder sogar vom anderen abmalte. Parallel dazu begann ein intensives Werben Deutschlands und Polens um die Unterstützung des Vatikans. Im Frühjahr 1920 war es den in Rom Alliierten und polnischen Diplomaten gelungen, die vorübergehende Entfernung Oberschlesiens aus der Zuständigkeit seines deutschen Erzbischofs Adolf Bertram zu erreichen. Auch ernannte der Vatikan Monsignore Achillerati den päpstlichen Nuncius in Warschau zum Beauftragten der Kirche für die polnisch-deutschen Volksabstimmungen. Besser bekannt wurde Achillerati, nachdem er am 6. Februar 1922 als Papst Pius XI zum Oberhaupt der katholischen Christen gewählt worden war. Da Bertram Deutscher war und Achillerati mit der polnischen Sache sympathisierte, führte diese Entscheidung dazu, dass der mehrheitlich pro-polnische Klerus ab dann mehr oder weniger jede Zurückhaltung ablegte. Die lokalen deutschen Behörden, immer wieder konfrontiert mit den blutigen Taten der kaufantischen Terrororganisation, gaben sich alle Mühe, die interalliierte Kommission durch flammende Proteste zu überzeugen, wurden aber irgendwann nicht mehr ernst genommen. Erst als in Ratibor der italienische Stadtkommandant eine von deutscher Seite la moyante Darlegung der polnischen Übergriffe mit den Worten abbrach, Ich kann Ihnen doch die Gewehre nicht persönlich laden, begriff man auch in Oberschlesien, dass es noch andere Mittel gab als Proteste und Klagen. Am 17. August 1920 ging das polnische Abstimmungskommissariat in Katowice in Flammen auf. Dem vorausgegangen war eine falsche deutsche Zeitungsnachricht. Danach stünde im Zuge des von Polen angezettelten polnisch-sowjetischen Krieges die Eroberung der Stadt durch siegreiche sowjetische Truppen kurz bevor. Hintergrund dieses mit einem Überfall auf Litauen und Sowjetrussland begonnenen Krieges war die polnische Absicht, den historischen Grenzverlauf von 1772 im Osten wiederherzustellen und eine osteuropäische Konföderation unter polnischer Führung zu schaffen. Aufgrund dieser Falschmeldung kam es durch pro-deutsche Gruppen zu Plünderungen von polnischen Geschäften, die am 19. August zum Ausbruch des sogenannten zweiten polnischen Aufstandes führten. Die sogenannten Hajok-Banden übten in vielen Orten blutigen Terror aus, dem die deutsche Bevölkerung zunächst oft ungeschützt ausgesetzt war. Pro-polnische Gruppen brannten 14 Häuser in dem damals seit 150 Jahren ausschließlich von deutschen Protestanten bewohnten Dorf Anhalt nieder und nahe der kleinen Ortschaft Josefstal bei Leopoldsdorf wurden bei einem Überfall zehn Erntearbeiter getötet. Frankreich, das sich über die Hälfte der Posten von Distriktkontrolleuren gesichert hatte, ließ die Polen es gewähren, löste sogar die deutschgesinnte Sicherheitspolizei SIPO auf und ersetzte sie mit der neu geschaffenen Abstimmungspolizei APO, in der ganze Formation der geheimen polnischen Militärorganisation eingereiht wurden. Auch wurden mehrfach deutsche Selbstschutzeinheiten entwaffnet. Versteckt unterstützt wurde der deutsche Selbstschutz-Oberschlesien, kurz SSOS, von der deutschen Regierung unter Reichskanzler Josef Wirth, während sie der Freikorbewegung ablehnend gegenüberstand. Aber nun griff eine weitere deutsche Gruppe in diese Kämpfe ein, die von Breslau ausgeleitete sogenannte Spezialpolizei des 21 Jahre alten Heinz-Oskar Hauenstein. Dessen Geheimorganisation beantwortete den Terror der Gegenseite mit eben solchem Terror. Darüber hinaus führte er einen verdeckten Femekrieg gegen Personen im Verdacht, entweder in polnischen Diensten zu stehen oder Verräter zu sein. Die Zahl der so zu Tode gekommenen soll bis zu 200 Männer betragen haben. Auf beiden Seiten gab man sich keine Gnade, Gefangene wurden nicht gemacht und die von Polen und Deutschen begangenen Morde wurden teilweise mit besonderer Grausamkeit ausgeführt. Man kann aber heute davon ausgehen, dass diese auf deutscher Seite durchgeführten Abwehrmaßnahmen mit Wissen und Billigung, angeblich sogar auf Befehl des zuständigen Staatskommissars für Oberschlesien beim Oberpräsidium in Breslau, Karl Spieker von der Zentrumspartei, hier 1948, durchgeführt wurden. Dafür spricht einiges. So war die Stoßtruppschule Lignitz mit preußischen Regierungsgeldern aufgestellt worden. Und nach späteren Aussagen hatte Spieker in seiner Eigenschaft als Vertreter des Staatssekretärs im preußischen Staatsministerium Robert Weismann nicht nur die Spezialpolizei Hauensteins unterstanden, sondern Spieker habe persönlich die Spezialpolizisten über einen engen Mitarbeiter, Dr. Hobos, mit Informationen über vermeintliche Verräter informiert und nach jeder erfolgreichen FEMA-Arbeit mit Handschlag und Dank begrüßt. 1928, acht Jahre nach einer Tat, fand der Prozess gegen einen 1920 vom ehemaligen Freikorps-Rosbach-Mitglied Edmund Heines begangenen sogenannten FEMA-Mord statt, bei dem ein mutmaßlicher Verräter von Waffenverstecken an die Behörden erschossen worden war. Die rechtsstehende Presse vermutete damals auch wegen der ungewöhnlichen langen Dauer von acht Jahren zwischen Tat und Prozess, dass dieser Prozess publikumswirksam nur inszeniert worden war, um von dem die Weimarer Republik erschütternden Kutiska- und Barmarts-Skandal abzulenken, bei dem verschiedene Zentrums- und SPD-Politiker wegen Korruptionsverdacht stark in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit getreten waren. In diesem Prozess hatte Hauenstein als Zeuge ausgesagt, seine Organisation habe ihm ein Verständnis mit Spieker rund 200 deutsche Verräter gerichtet. Obwohl einiges dafür sprach, stritt Spieker, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der CDU zu finden war, alles ab. Dabei hätte er alleine feststellen können, dass die Beseitigung, sprich Ermordung von echten oder vermeintlichen polnischen Spitzeln in der Schwarzen Reichswehr, die unmittelbare Folge der von ihm geduldeten und geförderten Selbstjustiz auf oberschleischem Boden gewesen war. Ein gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen Anstiftung zum Mord wurde am 4. September 1929 eingestellt. Am 21. Februar 1921 erfolgte die demonstrative Veröffentlichung der französisch-polnischen Militärallianz, die sich erklärtermaßen sowohl auf mögliche Bedrohungen von Sowjetrussland oder auch Deutschland richtete. Diese Konvention war eng verbunden mit dem französisch-tschechoslowakischen Bündnis und sollte Deutschland davon abhalten, eventuelle Ansprüche auf ihnen weggenommenes Territorium mit Gewalt zurückzuholen, was bei einer vertraglich festgelegten Stärke von 100.000 deutschen Soldaten ohne Luftwaffe, ohne schwere Waffen und ohne Wehrpflicht eine leicht zu durchschauende Zweckerklärung war. Am 7. März 1921, während der sich mit den Reparationsfragen beschäftigenden Londoner Konferenz legte die deutsche Vertretung unter dem zweifellos intelligenten, aber den politischen Intrigen der Entente kaum gewachsenen, parteilosen Außenminister Walter Simons einen Gegenvorschlag zu den von den Siegern geforderten Milliarden vor. Nachdem sein Vorschlag abgelehnt worden war, ließen Großbritannien und Frankreich einen Tag später zur Gefügigmachung der deutschen Delegation am 8. März ihre Panzerwagen in Düsseldorf und Duisburg einrollen. Das Bild zeigt eine Szene während der nächsten großen Ruhrbesetzung durch Frankreich und Belgien vom 11. Januar 1923 bis zum 25. August 1925. Wie bereits erwähnt, hatte am 20. März 1921 die oberschlesische Bevölkerung abgestimmt und sich mit zwei Drittel Mehrheit für das Verbleiben im Reich entschieden. Nach den Satzungen des Versailler Vertrages hätte also ganz Oberschlesien an Deutschland zurückfallen müssen. Doch in Paris erschien Corfanti und erwirkte sich, wie er selbst später zugab, die Erlaubnis zum entscheidenden Angriff. Dann rollten von Warschau aus die Haller Legionäre mit voller Überwaffnung gegen die deutsche Grenze hin ab. Parallel zum Vormarsch der Haller Regimenter war in Oberschlesien pünktlich zum 3. Mai, Polens Nationalfeiertag, um 2 Uhr morgens der dritte Aufstand ausgebrochen. Er dauerte bis zum 5. Juli und forderte bis zu 3000 Opfer, unzählige Verletzte und große Zerstörung. Unmittelbare Ursache war die Ablehnung des britischen italienischen Gebietsaufteilungsvorschlages, genannt nach den Briten Harold Percival und dem Italiener Alberto DeMarinis, die Percival-DeMarinis-Linie durch die pro-polnische Seite. Diese Linie hatte für Polen etwa ein Viertel des Abstimmungsbezirkes mit 21% der Gesamtbevölkerung vorgesehen, während das wertvolle Industrierevier mit den deutsch dominierten Städten unzerteilt erhalten bleiben sollte. Beiden Seiten, sollten diejenigen Kreise Oberschlesiens zugesprochen werden, in denen die jeweils ethnisch-nationalen Verhältnisse am klarsten waren. Da dieser Vorschlag aber nicht den Interessen Frankreichs entsprach, lehnten sie ihn ab. Daraufhin kam es im Oktober 1921 zur nach dem italienischen Botschafter in Paris benannten Sforza-Linie, die französischen Vorstellungen entsprach. Zurück in den Mai. Dort war am 4. in Berlin die Regierung Simons Fehrenbach zurückgetreten und hatte dem Kabinettwirt Rathenau Platz gemacht. Der geschäftsführende Reichskanzler, der 68-jährige Dr. Konstantin Fehrenbach von der Zentrumspartei, berichtete im Reichstag über Anzeichen einer Mobilmachung in Polen und deutete den Einsatz der Reichswehr in Oberschlesien an. Öffentlich distanzierte sich die schwache Reichsregierung von den nach dem Aufstandsbeginn neu gebildeten oder reorganisierten Freikorpsverbänden. In London hatte Lloyd George am 5. Mai das Reparationsultimatum ausgesprochen und Deutschland eine letzte Frist gewährt, sonst würde die Besetzung der Kohlegebiete der Ruhe drohen. Aber davon erfuhren die wenigsten Oberschlesier etwas, denn ab dem 3. Mai hatten im ersten Ansturm 30.000 gut bewaffnete Freischaler mit regulärer polnischer Infanterie ganz Oberschlesien rechts der Oder überrannt. Bereits am 5. Mai hatten die Insurgenten eine Front erreicht, die von Oderberg längs der Oder bis Krapitz reichte, von hier bis Malapan-Rosenberg bis nach Landsberg ging, ohne allerdings die großen Industriestädte mit einzuschließen. Sie verbreiteten Terror, sprengten Oderbrücken, die in Richtung Deutschland führten und brannten Häuser ab. Es wurde gemordet, gefoltert und unter Mordandrohungen geplündert. Als diese vom offiziellen Polen unterstützten Ereignisse der interalliierten Kommission unter Vorsitz des Italieners Armando de Marines bekannt geworden waren, beschloss der General, die Abstimmungspolizei um 3.000 Mann zu verstärken und die Bildung eines deutschen Selbstschutzes stillschweigend zu dulden. Was aber die polnischen Terrormaßnahmen betrafen, so waren diese einmal mehr von Frankreich geduldet worden. Verbrüderungen polnischer und französischer Soldaten waren in der Tagesordnung. Nur die ebenfalls als Puffer eingesetzten italienischen Verbände hatten sich im Raum Ratibor den polnischen Insurgenten gegenübergestellt und hatten dafür mit 19 Gefallenen und 34 Verwundeten bezahlt. Darüber hinaus bemerkenswert ist, dass von nun an manche deutsche Gegenwehraktion mit der Unterstützung italienischer und britischer Truppen durchgeführt wurde. Allerdings konnten die wenigen deutschen Verbände die rund 80 Kilometer lange Linie Krapitz, Großstrehlitz, Kreuzburg nur mühsam halten. In Warschau läuteten am Abend die Siegesglocken. Kofantin nahm die Glückwünsche der Franzosen entgegen. Sogenannte fliegende Feldgerichte verhängten in seinem Namen Todesurteile gegen Deutsche. Ein Mann mit dem Decknamen Novina Doliva übernahm den Oberbefehl über die 60.000 Mann zählende Armee der polnisch-autonomen Republik Oberschlesien. Novina Doliva? Dieser Mann war niemand anderes als der ehemalige königlich-preußische Oberleutnant des Garde-Leib-Kurassieregiments Großer Kurfürst Schlesisches Nummer 1 in Breslau, der katholische Matthias Graf von Brocewo Milchinski, von 1903 bis Januar 1914 Mitglied des Deutschen Reichstages. Seine Familie war eine der reichsten in Großpolen. Er hatte sein Mandat nur deshalb niederlegen müssen, weil er seine Ehefrau und seinen Neffen aufgrund einer ehebrecherischen Beziehung erschossen hatte und unter Mordanklage gestellt worden war. Jetzt gehörte er auch zu denjenigen, die das Land verreten, dem sie einst den Fahneid geleistet hatten. Und während die deutsche Regierung in Berlin sich weiterhin um Belanglosigkeiten stritten, verbluteten in Oberschlesien deutschstämmige Oberschlesier oder deutsche Polizisten unter den Augen der gelangweilt wegsehenden Franzosen. Am 8. Mai drohte Kaufanti der Reichsregierung mit dem Vortragen des Angriffs nach Brandenburg und Niederschlesien. Die Reichsregierung und der Chef der Heeresleitung General von Segt verzichteten auf jede aktive Gegenwehr. Dann, ab dem 9. Mai, schlug die englische, amerikanische und italienische Meinung zugunsten von Deutschland um. Am 10. Mai akzeptierte der Reichstag das Ultimatum Londons. Am 13. Mai hielt Albions Premier Lloyd George im Unterhaus eine vielbeachtete Rede, von der seine zu dieser Zeit geliebten Francis Stevenson, die später seine zweite Frau werden sollte, in ihr Tagebuch schrieb. Es war eine bemerkenswert fähige Rede. Er war nie in besserer Form. Voller funkelnder Passagen und treffender Phrasen. Aber ich fürchte, es wird Ärger geben. Hier Auszüge aus Lord George's Rede. Die Polen seien Einwanderer nach Oberschlesien gewesen, um mit den Bergwerken zu arbeiten. Die britischen und italienischen Kommissare wollten, dass überwiegend polnische Gebiete an Polen gehen, aber in Gebieten, in denen die Städte und Länder zusammen deutsch waren, wollten sie, dass diese Gebiete an Deutschland gehen. Die Polen hätten nun einen Aufstand erhoben und den Versailler Vertrag angefochten. Ohne Polen zu kritisieren, sah der Vertrag dennoch die Charta für Polens Freiheit. Aber die Polen hätten den Krieg nicht gewonnen. Polnische Soldaten, die für die Alliierten, sprich Russland kämpften, seien wie Vieh vom Feld getrieben, geschlagen, zerschlagen und zerstreut worden. Gleichzeitig aber hätten die österreichischen und preußischen Polen bis zum Ende gekämpft und hätten auch Franzosen, Briten und Italiener geschossen, im Kampf für Polens Freiheit. Die Freiheit Polens gebühre Italien, Großbritannien und Frankreich. Deutschland wäre wieder stark. Ihre fähigen, mutigen und einfallsreichen Leute würden immer mehr zählen. Auch Russland, obwohl jetzt eine zerbrochene Macht, die es aber nicht bleiben würde, weil es unerschöpfliche Ressourcen besaß und vorhin einer sehr tapferen Rasse bevölkert war. Es lege daher im Interesse Polens, den gesamten Vertrag einzuhalten. Großbritannien stünde für Fair Play. Die Alliierten müssten die Ordnung in Oberschlesien wiederherstellen oder den Deutschen erlauben, dies selbst zu tun. Als Antwort auf Lloyd George offene Unterstützung erließ die Reichsregierung am 24. Mai aufgrund des Artikels 48 eine Verordnung, welche die Bildung von Freikurs unter hohe Strafe stellte. Tatsache aber ist, dass in diesen drei Wochen zwischen dem 3. und dem 24. Mai 1921 das Schicksal Gesamt-Oberschlesiens alleine auf den deutschen Stoßtrupps geruht hatte, die in den von polnischen Insurgenten umlagerten Städten einen unerhört blutigen und opferreichen Kleinkrieg gegen die von allen Seiten vorfühlende polnische Übermacht führten, wobei man der Gerechtigkeit wegen aber auch feststellen muss, dass auch die deutsche Seite mit äußerster Härte gekämpft hatte und wie ihr Gegner es an Grausamkeiten nicht hat fehlen lassen. Und die Grenze des Reiches wurde allein gehalten durch den Selbstschutz Oberschlesien, kurz SSOS, der zu Anfang nur bestand aus Flüchtlingen, Schifferknechten, versprengten Polizisten, Schülern, Eisenbahnern und einzelnen Arbeitern und der gegen eine mehr als hundertfache Übermacht kämpfte. Und gerettet wurde Oberschlesien durch die heimlich aus ganz Deutschland zusammengeholten Freikorps, wie hier das hessische Freikorps Bataillon Wolf. Aber nachdem die Polen, wie gehört ab dem 3. Mai, ganz Oberschlesien rechts der Oder überrannt hatten, machten sie nun den gleichen Fehler, die der Roten Armee Deutschlands während ihres Ruhrkampfes vom 13. März bis 12. April 1920 den Sieg geraubt hatte. Wie an der Ruhr, so zeugte auch die Vorbereitung des Aufstandes von hohem organisatorischem Können. Und wie an der Ruhr, so fehlte auch hier von Anfang an das klare strategische Ziel. Die Polen verstanden nicht, den Erfolg der ersten Stunde auszunutzen. Denn jetzt setzte verstärkt die aus drei Frontabschnitten bestehende deutsche Gegenwert ein. Die Karte zeigt die blauen deutschen Verbände, dahinter die in Aufstellung begriffenen Grünen. In Gelb die in der polnischen Front beherrschende Höhe St. Annaberg. Weder die Gruppe Süd, von der tschechisch-polnischen Grenze bis Krapitz in Blau, noch die schwache und später aufgeteilte Gruppe Mitte, beiderseits von Oppeln in Grün oder die Gruppe Nord im Halbkreis um Kreuzburg bis zur polnischen Grenze in Rot konnten an einer Stelle durchstoßen werden. Bei Gogolin am 16. und 17. Mai verloren mehr als 600 Polen ihr Leben. Was immer die Insurgenten unternahmen, an keiner Stelle konnte der hinter der Frontlinie beginnende Freikorpsaufmarsch ernsthaft gestört werden. Schließlich legten deutsche Eisenbahner durch bewaffnete Freiwillige unterstützt, vorübergehend den ganzen Nachschub der Kofanti-Armee lahm. Und wenn sich auch nur Gleiwitz gegen die immer wieder von polnischer Seite vorgetragenen Angriffe behaupten konnte, Beuthen und Katowice nur teilweise, so hat gerade diese wenig beachtete und wenig gefeierte Verteidigung der verkehrswichtigen Städte dem polnischen Angriff das Rückgrat gebrochen. Denn die rund 20.000 Polen, die rings der genannten Städte gebunden waren, wären am Annerberg oder vor Oppeln schlachtentscheidend gewesen. Stattdessen verkamen sie langsam wie die Rote Armee an der Ruhr im Stumpfsinn der kreisenden Schnapsflasche und dem abendlichen Besuch von sogenannten Krankenschwestern. In Berlin belies es die Reichsregierung mit einer halben Duldung und griff im gleichen Augenblick mit Auflösungsbestimmungen ein, wo diese Freikorps zur Offensive ansetzten. Der Kampfwert der oberschlesischen Freikorps war unterschiedlich. Den höchsten Gefechtswert erlangten die Verbände, in denen Arbeiter, Bauern und Studenten neben ehemaligen Offizieren kämpften. Diese Einheiten, zum Beispiel das Freikorps Oberland und die Sturmkompanie des Kapitänleutnants AD Manfred von Killinger, bildeten den Kernpunkt der gesamten Freikorpsfront. Die entscheidenden Angriffshandlungen der Freikors erfolgten meist gegen den Befehl der Mehrbehindertenzentrale. Diese war in Breslau eingerichtet worden, um sie dem Zugriff der interalliierten Kommission zu entziehen. Die Zentrale war das Verbindungsglied zur Reichsregierung und sollte die Selbststützverbände mit Waffen, Munition und Verpflegung unterstützen. Auch der Oberbefehlshaber General von Höfer, dessen Tapferkeit völlig außer Frage steht, hatte bis zuletzt, werde die neue Form dieses Krieges, noch die Notwendigkeit seiner offensiven Führung begriffen. Dafür war die in München gegen die spartakistischen Umtriebe erfolgreich gewesene Einwohnerwehrorganisation unter dem Forstrat Escherich, die sogenannte Orgesch, als vermeintlich organisatorisches Element nach Oberschlesien gekommen und hatte dort in bürokratischer Betriebsamkeit das ganze Hinterland mit einem im luftleeren Raum hängenden Gerüst von Bataillonstäben aufgefüllt, die im Allgemeinen nur aus einer Anhäufung peinlicher sich vom Kampf fernhaltender Stellenjäger und ihren Schreibern bestanden. Es war bezeichnend, dass gerade die den Kampf nie gesehenen Offiziere dieser Stäbe, die noch kurz nach dem siegreichen Annerbergsturm durch die Freikorps von Gehorsamsverweigerung und putschistischer Meuterei gesprochen hatten, sich bei der zehnjährigen Feier des Annerbergsturms 1931, als die wahren Retter Oberschlesiens aufspielten. Durch dieses Nichtbegreifen des modernen Kleinkrieges erlarnte langsam der deutsche Widerstand. Doch in den Freikorps begann es zu rumoren. Sie wussten, dass sie den teilweise dünkelhaften militärischen Vertretern in der Zentrale ein Dorn im Auge waren, die dafür mannigfaltige Gründe fanden. Ihre Fahnen, dem befohlenen Räuberzivil ohne Dienstgradabzeichen, höchstens mit Selbstschutzarmbinde, um Polen nicht den Vorwein zu liefern, es handelte sich um Reichswehrtruppen, der schlechten Bewaffnung, so gab es Züge ohne Gewehre, dafür Prügel und erbeutete Waffen, dem kameradschaftlichen Umgang untereinander ohne Rücksicht auf den Dienstgrad und ihre revolutionären Lieder, um nur einige zu nennen. Die Insurgenten immer direkt vor Augen forderten die Freikorpsführer jetzt selbstständiges Vorgehen gegen die polnischen Aggressionen und brachten ihren Unmut für das dauernde Abwarten auf eine einfache Formel. Entweder mit der Zentrale, ohne die Zentrale und, wenn es sein muss, gegen die Zentrale. Daraufhin entschloss sich auch der Führer der Gruppe Süd, General AD von Hülsen, die Erlaubnis zu Angriffsunternehmen im begrenztem Rahmen zu erteilen. Dazu zog er seine Führer in Krapitz zusammen. Das Ergebnis dieses Kriegsrates war der Entschluss, den Krapitzer Brückenkopf durch die Wegnahme des Annerbergs zu erweitern. Wie auf der Karte ersichtlich, sollten die mit blau gezeigten Freikorpsverbände aus ihren Bereitschaftsstellungen die im Norden mit rot gekennzeichnete polnische Front durchstoßen und dann in einer Umfassungsschlacht klassischen Stils den von mehreren Regimentern verteidigten Annerberg erobern. Davon berichtet das Video Selbstschutz Oberschlesien Teil 2 St. Annerberg St. Annerberg